Jetzt ist es so laut hier! So, wo mach ich? Tada! Monsieur, hier zu Morderstedt! Nein, das heißt Norderstedt! 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 Wir haben hier noch vereinzelte kleine Plätze frei! Also wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr wahrscheinlich noch einen kleinen Platz bei uns! Und die Dame mit dem riesigen roten Schirm, sie beeilt sich beide hier vorne! Wir werden alle nass! Die könnt ihr mal ein bisschen Platz abgeben!